Herzlich Willkommen zu einem neuen Böller-Vergleich. Heute P1 Böller exklusiv Xena Bison gegen die Xena Trueno Nr. 3. Richtig feine Flash-Böller. 1,5 Gramm Blitzknallsatz und die scheppern ordentlich. Fangen wir an. Bison. Ja, Bison. Oah, unfassig. Ich sag's euch, wie die Dinger scheppern. Also, jetzt geht's weiter. Gleich weiter. Xena Trueno Nr. 3. Geh ich lieber weiter ein Stückchen weg. mega druckvoll also für 1,5 gramm unfassbar laut ich sag's euch also es gibt hier auf jeden fall eine kaufempfehlung falls es überhaupt noch gibt diese böller einfach der wahnsinn und